Die einstige, großherzögliche Pracht der Schlossstraße in Ludwigslust ist immer noch gut erkennbar. Zumindest an den kleinen, erlesenen Einzelhandelsgeschäften. Die entsprechenden Räumlichkeiten dafür wurden schon bei der Errichtung der damaligen Mecklenburger Residenz im 18. Jahrhundert im Bebauungskonzept eingeplant. Hinter diesen denkmalgeschützten Fenstern sitzt heute ein ehrenamtlich geführter Weltladen. Doch die Geschichte der einst noblen Adresse reicht viel weiter in die Vergangenheit zurück. Mein Großvater Karl Karl hat diese beiden Geschäftshäuser Schlossstraße 33, 35 1901 gekauft, übernommen von einem anderen Kaufmann, Herrn Fluchhaupt, der vorher in diesen Räumen gewirkt hat und hat hier eine Weinstube eingerichtet, einen Weingroßhandel, einen Feinkostladen und ein Konfiteurengeschäft. In der Saison wimmelt es in der Ludwigsluster Innenstadt nur so verkauflustigen Touristen. Doch der Schein trügt. 51 Einzelhändler haben vor kurzem einen besorgten Brief an die Stadtverwaltung geschickt. Sie werden von Existenzängsten geplagt, wegen des möglichen Baus von zwei Discountern. Eigentlich sei der Einzelhandel in Ludwigslust gut geschützt, das sagt zumindest der Bürgermeister. Ludwigslust hat schon in den 90er Jahren begonnen, sich mit dem Thema Einzelhandel und Steuerung von Einzelhandel vor dem Hintergrund einer belebten Innenstadt zu beschäftigen. Und alle Einzelhandelsgutachten und Fortschreibungen von Einzelhandelsgutachten haben dasselbe Ergebnis erbracht, nämlich, dass Ludwigslust stolz darauf sein kann, dass es noch einen inhabergeführten Einzelhandel in der Innenstadt gibt und den es deswegen gibt, weil Ludwigslust sich über die vielen Jahre genau so verhalten hat, wie es die Gutachter, die wissenschaftlich arbeiten, in ihren Einzelhandelsgutachten als Handlungsmaxime beschrieben haben. Doch dieser Mann sorgt derzeit bei vielen Einzelhändlern für Unmut. René Krüger, der Investor und Projektentwickler, hat vor demnächst einen Lidl-Discount-Markt auf einem ihm gehörenden Grundstück errichten zu lassen. René Krüger betrachtet sein Vorhaben aber auf keinen Fall als Angriff auf den Einzelhandel. Ich versuche hier einfach die Stadt ein bisschen aufzuwerten. Ich versuche Wettbewerb in die Stadt zu holen. Ich habe von Lidl Zahlen, dass über 2000 Ludwigsluster wöchentlich nach Grabow bzw. nach Neustadt-Glewe zum Lidl fahren. Lidl hat gesagt, wir wollen hier gerne nach Ludwigslust und das Grundstück steht bereit, was ich vor zwei Jahren gekauft habe. Wir sind bei der Erschließung wieder Restrukturierung des Grundstücks. Wir haben Industrie angesiedelt und wir haben noch eine Brachfläche, wo Lidl halt hin möchte. Langsam erhitzen sich die Gemüter in Ludwigslust. Deshalb hatte die Stadt alle Interessenten am 29. Januar zum Einzelhandelsforum eingeladen. Unter den Gästen eine Referentin aus dem Infrastrukturministerium. Irntraut Kunkel beschäftigt sich explizit mit dem Thema Einzelhandel und das seit der Wende. Sie meint, das Land hat eine klare Regelung geschaffen, die jegliche Diskussion eigentlich erübrigen sollte. Also danach ist der zentrenrelevante Einzelhandel, also sprich Schuhe, Bekleidung, Lederwaren und auch der Lebensmitteleinzelhandel nur noch in den Innenstädten und sonstigen zentralen Versorgungsbereichen, das sind im Prinzip die Stadtteilzentren, zulässig. Das heißt, Entwicklungen außerhalb dieser Zentren sind aufgrund der Angebotssituation, die wir haben, nicht mehr möglich. Im ehemaligen Weinkeller des einstigen Familiengeschäftes bewahrt Peter Prey einen Schatz auf. Es ist ein über 100 Jahre altes Schild mit dem stolzen Hinweis auf einen großherzoglichen Hoflieferanten, nämlich seinen Großvater. Das Erbstück gehört vielleicht sogar ins Stadtmuseum und Peter Prey befürchtet, dass schon auch bald die gesamte Schlossstraße einen rein musealen Eindruck erzeugen wird, mit schmucken, barocken Häusern und leider geschlossenen Läden. Wir möchten nicht mehr Discounter haben als nötig und freuen uns über jeden Laden, der in der Schlossstraße aufmacht und verkauft. Und ich finde es gar nicht gut, dass hier jetzt jede Menge Parteibüros und Anwaltsbüros so eingerichtet wurden. Das belebt die Straße nicht und ich würde mir wünschen, dass hier wieder mehr Geschäfte hinkommen. René Krüger meint, wenn ihm die Stadt das Lidl-Vorhaben nicht grundsätzlich untersagt, würde er gerne doch bauen lassen. Schließlich will man ja auch in Ludwigs Lust vor der Haustür billig einkaufen gehen können, ohne dafür weit fahren zu müssen. Wie wohl in jeder anderen Stadt auch. Dylan Mannsträger Wolfsoptos Wolfsoptos deren after better